Könnte Jude Bellingham bald für die irische Nationalmannschaft spielen? Tatsächlich hat der neue Star von Real Madrid vor kurzem die irische Staatsbürgerschaft beantragt. Das aber nicht, um die englische Nationalmannschaft zu verlassen. Stattdessen will er seinem Klub Real Madrid damit einen Gefallen tun. Denn laut den Regeln der spanischen Liga dürfen nur drei Kaderplätze an nicht-europäische Spieler vergeben werden. Und seit dem Brexit zählt England als nicht-europäisch unter dieser Regelung. Was seid ihr dazu?